bei der anstelle aus der Seite hat sie die gesammelt sie nicht aber ich wie behindert der Slenderman läuft es echt abnormal hübsche Versuche, Icky hey, die hat... eine Frau hat fünf Seiten das ist echt super aber die hätte schon eine übersehen such dich gerade hart, ne? ich muss sie nur irgendwie in eine Stelle blocken wo sie nicht, wo sie nur auf einer Seite rauskommen kann halt aufs Klo oder so oder wenn sie jetzt wieder darum geht der hat schon wieder die Seite gesehen genau, als er das weiß jetzt rechts die Seite ja, irgendwann lässt halt die um ein Uhr morgens nach ok, wurde vor eins was? wir spielen schon so lange mhm dieses boah, Icky, kannst du jetzt irgendwann mal was auf die Reihe bringen? ja, ich bin ja dabei ich würd mich halt gern wieder teleportieren aber irgendwie ist das immer ein Block der sichtbar machen hinter ihr zum Beispiel kann ich wieder freigeschalten mhm ich glaub ich muss ein bisschen weiter absch... ach komm ja, jetzt hab ich sie ja ja, dürfte sie nicht hinter der Rohre gehen andere Map wolltet ihr? ja ja ok und wie hab ich den Chat von geöffnet? wie? geht grad nicht geht grad nicht wahrscheinlich erst wenn ich... warte wär's böses tötet mich mal dann kann ich das einstellen ok ich bin hier am Spawn ich bin hier am Spawn alles gleich an so darf ich mich nicht bewegen oh ja, komm, kurz zu so warte wie lang braucht's denn bitte bist du der hinter dir wird grad aufgetötet kann ich irgendwie nicht unsichtbar machen zwei Töte hm? ach, ich stimmt ja mein Recht ging jetzt man zwei Töte dauert es ein bisschen länger Dings, Inky Maustaste wie so'n Berserker mhm Vortenaps dann, was du gemacht hast kannst du mich ja spektetieren damit wir nicht mal erfahren was passiert und man alle Seiten gesammelt hat Konstrukt so Alex jetzt einfach mal in Ruhe wenn du... wenn du raus dann mach mal's... mach mal Vortenap 1 kann ich nicht mit was hast du geöffnet? ich hab's mit U gemacht aber es muss auch mit einer anderen Töte geben kann ich ähm... drücken drücken mit 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 y mit y okay dann macht mal bitte also wort map 1 genau und jetzt nur der satz wie viele wie viele seiten hast du tun okay oder so mal gucken wie konstrukt ist ja es war immer nur jetzt war ich harzländer ja ja komm du wolltest eine andere map ja stimmt auch ja weil langsam ging mir die halt schon auf die eier vor allem als das so eng und dunkel ist ich oft ich hätte gern so ein wald oder sowas sowie im normalen land das war ein bisschen wer es jetzt aber so macht ihr hört ihr mich noch jetzt haben wir dich wieder moment da kommt wieder kurz werbung einstellung noch kurz ach ja ich könnte es mal so machen die map hier ist mir irgendwie zu offen obwohl es geht es gibt auch innenraum ja bei mir ist leute könnt ihr mich hören ja gut ich glaube nicht dass gerade das spiel ab kai hat mich immer vor guter stunde oder so einfach knapp einer stunde angeschrieben lol ihr könnt mich gut hören ja gut ich werde es aber wirklich mal so machen wenn wir äh wird nicht mal trade äh sein nein das ist doof dann haben wir keinen grund mehr das weiter aufzunehmen wir können ja karten wtf äh ja der slender macht irgendwie nichts ich bin mir hier und auch eine offene map ja das hat echt alter ich hab keinen kopf mir fehlt mein körper das ist sehr gut gemacht was wir ihn lassen damit ist viel zu hell das ist die standard map ja deswegen das war ähm ja die baut irgendwie nur spannung auf ne nicht wirklich und deswegen haben wir an bord und der macht irgendwie nichts ich hab ihn vorhin angeschaut das muss man ähm dann gucke ich mal wegen einer anderen ähm 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 es gibt ja nur draußen es gibt ja auch noch drinnen und drinnen ist es dunkel ne ja da gibt es nicht viel alter auch vor ist slender forest ja wir müssen 10 minuten warten ach ja die runde karte ich einfach raus weil ich höre mich auch gerade bei desert echt scheiße wer hat der ja ich muss halt ein bisschen unterstellen wegen meinen eltern jetzt auch äh es müsste jetzt eigentlich wieder besser sein theoretisch sag mal was hallo 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 ja ich hab mich nicht mehr ja ich hab mal einfach mein mikro also mein sounds müssen besser gestellt ich geh jetzt in die unendlichen ins unendliche nichts geh ich jetzt ich bin oben bei dem haus da war ich auch schon ich hab mich jetzt einfach mal von ding töten lassen vom slender ja ich auch weil es ist ja einfach viel zu hell vor allem wo sollen hier die seiten sein wahrscheinlich irgendwo drinnen ja das wäre wahrscheinlich irgendwo drinnen weil draußen wird kaum so mehr kann man Sturzschaden alter nein du hast einfach so ein dueling geflogen ne ja weißt du nicht ich stehe nur mit dem flug was zur helle hei 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 die kamera bringt auch so unglaublich viel guck mal ne leiche wollt ihr mich keybacken aber du krieg deine leiche boah komm wir machen jetzt einen familienfilm und wer will die wie geht das ey der ist hier oben wohne und die flackert hier immer nur die kamera ja der ist am spawn äh desert wink zur kamera desert wink zur kamera desert wink zur kamera teabag 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 du hast dabei voll slender an und das juckt ihn einfach nicht irgendwie wie ich ja ich hab auf den boden gestaut sag mal was heißt du slender angestaut nein das juckt ich hab da gleich du hast wink in die kamera komm wink 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 yay Ich glaube, das mache ich als Bonus irgendwo rein. Vor allen Dingen fährt doch mal was auf. Unten rechts steht einfach mal Kackendreiß 0 von 0 Seiten. Wir können nicht gewinnen. The fuck. Wir müssen sowieso noch 5 Minuten warten, ganz ehrlich. Maximum Disrespect. Warum ist denn der vorbei gerannt? Ich sehe den nicht, der ist unsichtbar. Nein, der steht da mitten im Feld. Ich sehe ihn, wo denn? Ich sehe mich auch nicht. Ist unsichtbar. Iki, schau doch mal nach rechts jetzt. Da, mitten. Da steht er doch. Nein. Ich schwimme. Ich schwimme. Ich ertrinke. Da, wo man eine Leiche ist, da links davon. Nein, da ist nichts. What the fuck, der steht da. Ich bin im Wasser. Das Haus hier ist von Ihnen so schön eingerichtet. Das ist eine Einrichtung. Ich flanche. Da geht mir echt einer drauf ab. Diese Möbel. Der Innenarchitekt war echt, der war echt Profi. So Alex, sag mir jetzt mal, wo der Slendermen steht. Bei mir flackert die Kamera richtig hart. Äh, warte. Und ich, ich regenerier einfach keine Batterie. Links von dir. Du siehst meine Leiche? Ja, da. Ganz ein bisschen rechts daneben. Du starrst ihn gerade fast mittig an. Wenn du noch ein bisschen nach unten gehst, starrst du ihn mittig an. Jetzt starrst du, äh, links von dir. Jetzt. Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Ja, genau. Ähm, wo bin ich hier? Bist du denn jetzt? Der ist flackert. Moment, Moment. Ich hab keine Ahnung. Ich bin irgendwo reingegangen und die Taschenlampe bringt dir auch nichts. Nö. Ich bin immer noch nicht. Der schwebt direkt vor mir. Also, das sehe ich den alle nicht. Alex bildet sich den Slenderman ein. Natürlich. What the fact? Ähm, warte, warte. Wo ist er? Warte, warte. Guck mal, ich hab ne Seite gefunden. Wo bist du? Wo bist du? Warte, 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 bevor du was machst. Oh, Fäden. Erboren. Äh, ich kann mich nicht aufsammeln. Oh, wo geht's? Geht's da wieder hoch, Mann? Okay. What the fuck, wo bin ich? Ein... Was? Wie bin ich in hier gekommen? Okay. Eki, lass ich mir auch töten. Was passiert denn irgendwas? Ey, Alex, wink in die Kamera. Bin tot. Wink in die Kamera. Alex, ich hab keine Ahnung. Warum liegst du da so voll rum? Ach so, dann bist du da was bauen? Ja, alles. Guide ihn mal zum Slenderman. Das bin übrigens ich, auf dem du dazu gehst. Nee, ich lieg hier drüben, oder? Keine Ahnung. Alex, du siehst den Slenderman ein. Dreh dich nach links. Martin, ähm. Du hast da ein schönes Gedicht, wenn du schließt. So, was? Du guckst bei mir gar nicht, ah, du startest ihn genau an. Nein, ich seh ihn nicht. Ich auch nicht genau an. Ich auch nicht. Nein, geht doch. Vielleicht passiert jetzt irgendwas. Nach dem anderen... ...n Stück hoch. Er steht wieder genau an derselben Stelle. Ich bin der Slenderman. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Ich kann mich auch nicht bewegen. Doch, ich kann mich bewegen. Guck mal weg von mir. Jetzt kann ich mich bewegen. Mach dich mal sichtbar. Ich kann mich bewegen. Ja, das war mein Ziel, damit ich hinkommen kann. Wir müssen noch zwei Minuten warten. Ruscheln, Eci. Ruscheln. Gute Nacht. Ich bin schon wieder Slenderman, oder?